Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Kryptografie. Heute geht es um Patterson Commitments und wie ihr seht habe ich das Ganze schon mal hingeschrieben, weil gerade mal wieder jemand an meiner Türe geklingelt hat. Okay, das will ich euch natürlich alles ersparen, deswegen habe ich das einfach schon mal so gelassen. So, was hier jetzt passiert ist folgendes, wir machen nicht nur ein 1-Bit Commitment, sondern wir machen ein komplettes String Commitment. Das ist ziemlich cool, allerdings ist es nicht ganz so sicher, wie wenn wir nur ein Bit Commitment machen, nämlich es beruht auf der D-Log Eigenschaft hier. Und unser Bit Commitment hier oben, das war tatsächlich besser, das hat auf der Einwegeigenschaft hier von F beruht und das war es dann im Prinzip auch schon. Ja, also was wir hier machen ist folgendes, wir ziehen mal wieder aus einer Gruppe mit Primordnung, also zum Beispiel Z Modulo P, ziehen wir uns zwei Generatoren G und H und haben ein X. Das ist das X, auf das wir uns committen wollen, also sozusagen die Nachricht und wir ziehen uns ein zufälliges R, ja, einfach aus P-1. Okay, also aus den Zahlen von 0 bis P-1. Gut, und was wir jetzt hier machen ist folgendes, wir können unser Commitment berechnen als G hoch X mal H hoch R. Ja, und jetzt hoffe ich, dass euch das sehr, sehr bekannt vorkommt, denn es ist ziemlich genau dieselbe Formel, die wir auch schon bei einer Chameleon Hash Funktion hatten. Aber das ist nicht weiter relevant, das war einfach nur so, ja, ähm, genau. Genau, okay, was wir jetzt hier machen ist folgendes, wir schicken das Commitment an R, an den Receiver und der empfängt das ganz glücklich und freut sich darüber und jetzt sind wir sozusagen auf die Nachricht X festgeschrieben und genauso auf dieses R hier. Ähm, und was jetzt bei der Unveil-Phase passiert ist einfach folgendes, wir öffnen X und wir öffnen R und dann kann logischerweise auch G hoch X, H hoch R berechnet werden und ansonsten eben nicht mehr. Das ist das sogenannte Patterson Commitment. Jetzt, wie verbinden wir das mit einem Zero-Knowledge-Beweis? Ihr erinnert euch, ein Zero-Knowledge-Beweis war folgendes hier, nämlich, sagen wir mal, wir haben eine Graph-3-Färbbarkeit hier oder einen Graphen, der 3-Färbbar ist. Der Graph, der ist öffentlich, die 3-Färbung, die haben nur wir. Das heißt, wir bauen uns wahrscheinlich unseren Graph, ähm, zufällig auf, allerdings anhand der Färbung. Das heißt, wir erstellen zufällig eine Färbung und, ähm, der Graph wird dann einfach ungefärbt veröffentlicht und privat behalten wir diese Färbung. So könnt ihr so ein, äh, Zero-Knowledge-Protokoll realisieren. Und jetzt wird hier nach der Kante 2 gefragt und dann wird einfach hier zufällig eine Permutation kreiert von diesen Farben. Das heißt, Blau wird nicht mehr als Blau betitelt, sondern als Orange. Orange wird als Blau betitelt und Magenta bleibt Magenta oder so in die Richtung. Also irgendwas Zufälliges halt, was die Farben verdrillt. Und dann öffnen wir beide Punkte an unserer, an unserem Graphen hier. Also das heißt, wir sagen, wenn er nach 2 fragt, Orange und Magenta. Das heißt, wir haben bewiesen, dass wir hier gerade die 3-Färbbarkeit kennen. Aber wenn ihr das nächste Mal fragt, dann öffnen wir zum Beispiel Kante 1, aber, ähm, mit einer anderen Permutation. Das heißt, wir verändern wieder diese Farbe hier zufällig und wir öffnen nicht Orange und Blau, sondern wir öffnen jetzt hier zum Beispiel Magenta und hier Blau. Also irgendwas anderes Zufälliges. Nur für die Leute, die jetzt das Video zu Zero-Knowledge damals nicht gesehen haben. Und, ja, wie machen wir das jetzt tatsächlich? Naja, das Ganze soll ja möglichst schnell ablaufen. Da muss man auch ein bisschen dran denken. Und was dann passiert, ist folgendes. Ähm, dieser Graph, der wird veröffentlicht. Also hier wird erstmal der PK von dem, ups, PK, von dem sogenannten, ähm, Prover. Das heißt, der, der was, äh, der, der was zu beweisen hat. Und der Verifier V, der möchte gerne überprüfen, ob der Prover auch den Secret Key hier hat. So, der Prover muss nicht mal polybeschränkt sein. Der darf unbeschränkt sein. Der Verifier hier ist polybeschränkt. Das heißt, ein ganz normaler Algorithmus. Ähm, also nicht mit unendlich viel Laufzeit. So, und was wir jetzt hier machen, ist folgendes. Wir schicken einfach nicht nur eine, sondern wir schicken beliebig viele Nachrichten auf einmal hin. Das heißt, keine Ahnung, zum Beispiel eine Milliarde Nachrichten. Nein, okay, das ist ein bisschen viel, aber vielleicht so 2000 Nachrichten oder sowas. Und, ähm, fragen hier jeweils nach einer anderen Kante. Zum Beispiel nach 2, nach 1 und so weiter und so fort. Das heißt, wir fragen hier gleich 1000 Kanten auf einmal an. Das Problem ist, wenn wir das so machen, dann könnte es ja sein, dass der Prover hier sich einfach immer zufällige Farben ausdenkt. Und deswegen machen wir folgendes. Wir committen uns vorne dran, also als Prover sozusagen. Darf ich jetzt beide Pfeile hier? Na gut, dann halt nicht. Ähm, nups, sorry. Jetzt. Ähm, wir committen uns vorne dran auf diese ganzen Werte. Das heißt, wir sagen hier bei Commitment 1, committen wir uns, ähm, auf. Also, com steht jetzt für commit. Ähm, ich kopiere uns mal gerade ganz kurz diesen Graph. Normalerweise sind diese Graphen hier natürlich deutlich komplexer. So könnte man ja auch einfach diese Dreifärbbarkeit brute forcen. Das wollen wir natürlich nicht. Aber wir nehmen jetzt den hier einfach als Beispiel. So, ähm, was wir hier jetzt machen, diese Dreifärbung kennt nur P, deswegen schreibe ich die jetzt mal auf die Seite. Das ist jetzt unsere Färbung für das erste Commitment. Das heißt, wir sagen hier, okay, wir committen uns auf blau. Also, das ist jetzt dann logischerweise als, äh, String oder als Bit zu sehen. Dürft ihr euch aussuchen. Für blau bei Knoten 1, wir committen uns auf, äh, pink bei Knoten 2 zum Beispiel. Ist ja egal, wie wir sie bezeichnen. Und wir committen uns auf orange bei Knoten 3. So, und diese Commitments, die öffnen wir jetzt, wenn er bei uns zwei anfragt. Das ist jetzt nur für die erste Anfrage des Commitments. Für die zweite Anfrage committen wir uns wieder andersrum. Das heißt, wir, dürfte ich jetzt bitte das hier, natürlich. So, jetzt. Für die zweite Anfrage committen wir uns hier für pink, da für blau und da für orange zum Beispiel. Und das machen wir jetzt, keine Ahnung, n Mal. Und der fragt uns dann auf einmal n Sachen an. Also n Kanten. Und wir übergeben ihm immer genau zwei Werte. Das heißt, wir anwählen hier genau immer zwei Werte. Wir anwählen jetzt hier 1. Und wir anwählen 2, beziehungsweise wenn er uns hier nach dieser Kante fragt, anwählen wir, äh, 2 und 3. Und hier in dem Fall nach der Kante 1. Wenn er uns hier nach der Kante 1 fragt, was er ja hier gerade tut, dann anwählen wir den blauen und den orangenen. Und so weiter. Also, in dem Fall dann den pinken und den blauen. Und so weiter und so fort. Das heißt, wir anwählen immer genau so, dass es zu seiner Anfrage passt. Und diese Anfragen laufen parallel ab. Das heißt, wir haben auch nicht wirklich eine Chance zu cheaten, weil wir uns ja davor schon festgelegt haben. Und er hätte auch tatsächlich somit eine realistische Chance, wenn er das unendlich oft mal durchführt, dann hat er wirklich eine realistische Chance, ähm, irgendwann mal auf die Kante zu stoßen, falls wir diese Färbung nicht kennen würden, dass er das dann rausfinden würde. Aber da wir ja die Färbung kennen, passiert es nie. Und früher oder später haben wir ihn überzeugt. Aber dieses Transkript hier, das überzeugt keinen Dritten. Also wenn wir ihm einfach nur das Protokoll hier mitschicken, was wir hin und her geschickt haben, dann überzeugt es keinen Dritten. Denn aus com von blau 1 lässt sich, äh, also com von blau 1 lässt sich nicht von com pink 1 oder com orange 1, das lässt sich einfach nicht auseinanderhalten, weil es ja ein Commitment ist. Und diese Commitments sind ja safe. Das heißt, wir können hier tatsächlich davon ausgehen, V ist am Ende davon überzeugt, dass wir diese Dreifärbung kennen, aber V kann diesen Beweis nicht weitergeben, weil er den Secret Key nicht erfahren hat, dadurch, dass wir immer diese Farben hier zufällig permutiert haben. So, das war jetzt wahrscheinlich ein harter Brocken zu schlucken. Ich hoffe, ihr habt es soweit verstanden. Es ist so ein kleiner Mindfuck dabei, dass wir einfach jemanden überzeugen können, dass wir einen Secret Key haben, aber ihm nicht den Secret Key irgendwie zeigen müssen oder sowas. Und ja, da drin liegt irgendwie der Charme von diesen Zero-Knowledge-Beweisen. Ähm, ihr könnt euch gerne mal überlegen, wie man das Ganze für zum Beispiel irgendwelche Chameleon-Hash-Funktionen Traptors macht. Und ja, einfach mal dazu überlegen, wie man so ein Protokoll aufstellen könnte. Das war's von meiner Seite erstmal und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!